und zwar geht es jetzt zu meiner ersten Overnight 13 Stück sollen es hier von sein das sind ungefähr so 6 oder 8 Parteienhäuser beziehungsweise aber auch krass zu sehen dass du hier so diesen extremen Leerstand hast Ich hoffe nicht Moin Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal Ich bin immer noch mit dem lieben Taco und dem lieben Björn unterwegs genau die beiden sind und zwar geht es jetzt ja zu meiner ersten Overnight mit den beiden hübschen Dürm Premiere ich werde in Jungfahrt heute oh yeah aber der Arsch bleibt an der Wand und zwar haben wir hier so eine kleine obwohl was heißt klein eine verlassene DDR Wohnblocksiedlung genau Björn hat schon wunderbar erwähnt eine verlassene DDR Wohnblocksiedlung gefunden wir suchen jetzt noch einen Eingang und schauen mal ob wir uns gemütlich machen können in dem Sinne bleibt dran Leute bis später so ich nehme euch mal so ein bisschen mit hier draußen und zwar hast du hier diese alten DDR ich sag jetzt mal Plattenbauten das zieht sich bis da hinten hin und du hast hier halt noch ich glaube das alles da drüben ja man sieht nichts ich mach mal ein bisschen die Taschenlampe heller warte mal Leute so wie gesagt alles so alte DDR Plattenbau und das zieht sich wirklich bis da hinten hin also es sind lasst mich flügen 6,7 von diesen Mehrfamilienhäusern die hier wirklich komplett leer stehen und wir warten jetzt noch auf dem neben Timo vom Baldkult weil der ist hier im Prinzip unser Tourguide und dann starten wir die Overnight so Björn hat hier schon mal ein bisschen ausgekundschaftet oh der sachte ja könnte sich lohnen hier im Haus oh ich muss aufpassen mit dem dicken Sack auf dem Rücken ey ungewohnt mal rein in die Euger mal rein in die Euger das haben wir hier wir starten halt komplett im Keller erstmal ganz für Schrott oh jetzt soll wir mal nach oben gehen ach guck weh hier weiter ja der ist es oh ein paar Handtücher aber aber nicht mal viel also ich vermute auch mal dass die Wohnen wirklich zum größten Teil leer sind hier so ein Klima ups in der Richtung nicht wirklich viel vorführen da haben wir ein bisschen hier mal der Haupteingang gewesen sein und da vorne fahren direkt die Autos wie ihr einfach mitgekriegt habt also wir sind hier schon eine kleine Wohngegend deswegen muss man hier so ein bisschen nicht technischer mal aufpassen jetzt haben wir schon tapeziert mit der alte DDR-Tapete hier noch ein kleiner Ofen Alter ohne Witz das gibt's nicht das ist das zweite Mal dass wir heute verarscht werden da haben wir hier die guten Timo Röckuch was geht ab wer macht gerade von euch ähm Auto äh nächstes daneben das weiße Auto da saß ich drin die ganze Zeit ich hab dich gesehen wie du deine Sachen ausgepackt hast hinten da im Wende haben wir oder wie ja genau genau daneben das Auto das bleibt da so drinnen dachte mir so oh nix nicht bewegen oder so Alter hab ich erst mal gestalkt ey ja ja wir stalken von der YouTube Prominenz so wir gucken jetzt einmal nochmal oben hier war ich ja schon dann kam der Timo Timo vom Weitkult verlinke ich unten mal schaut mal vorbei hier fährt schon wieder ein Auto ich weiß nicht ob man es gehört hat ich gucke mal hier natürlich auch den kompletten Stromkasten auseinander gepflückt ja alles raus geholt ja 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 eine kleine Küchenzeile auch nicht mehr wirklich viel kleiner Backofen ist leider in der Einrichtung nicht mehr wirklich was drin also eigentlich gar nichts aber gut das war uns klar Taku sagt eben grad zu mir ich soll immer hier mal reingehen und eine ordentliche Nase nehmen Alter hier müffelt es wie Sau drin da kommt auch schon wieder die Decke oben runter muss ich ihm mal Bescheid geben also wenn du oben auf dem Dachboden gehst dann vorsichtig weil genau da wenn du da weiter gehst da rechts bei dem einen Zimmer da kommt die Decke schon so langsam runter ungefähr so auf der Höhe genau wo die Nähmaschinen müssen weiter dahinter da kommt die Decke runter also sei da bloß vorsichtig wenn wir noch reingehen da hat man noch reingefilmt was ist hier Boah dann kommt auch vorbei Gute Halte Wester Ach das geht einmal rum hier ne der Dachboden hier ist die zeit echt stehen geblieben schade dass hier nicht noch ein richtung drin ist das wäre geil ich hoffe nicht das kommt einfach durch die feuchtigkeit ich glaube die warten draußen ja wir gehen jetzt erst mal wieder raus und suchen uns jetzt erstmal einen kleinen schlafplatz weil wir dort an sich von der straße eigentlich nicht gesehen werden da wahrscheinlich auch nicht zu ruhe haben ich werde ja auch kaum eine lange schwarze unterzeigen aber ich hoffe es ansonsten hey no risk of fun so wie gesagt jetzt geht es erstmal wieder raus schlafplatz hoch so leute wir haben jetzt mal auf unsere weiche bezogen ich ziehe das mal so ein bisschen auf die MTV Crips ich drehe euch mal ganz kurz mal um und da befinden wir uns hier in unserer wunderschönen Küche schön mit dem warmen Wasserboiler dann haben wir hier einmal unser wunderschönes Klo dabei noch ein kleines Wohnzimmer da kommt dann hinten halt so die Fernseh- und Streamingecke hin wo ich muss man jetzt kurz mal hier das Lichtensiegel machen so und jetzt geht es hier einmal in unseren Schlafbereich der liebe Björn hat sich hier hinten in der Ecke erstmal fett gemacht der 2 Meter Riese dann der liebe Timo Kanal verlinke ich ja stellt euch mal so schön nebeneinander wer hier so der größte von euch dreien ist der liebe Taco hat sich hier 1,6 Meter Riese aber gefüllt bin ich 2 Meter ja 9 es ist bei Ihnen hier vorne bitte blauweinziehen ich bin hier 2,5 Meter wie gesagt unser Schlafgemach hier wir machen es schon kuschelig gleich kommt noch Besuch vorbei wer ist denn der Besuch da sind denn alle mal gespannt seid gespannt wie gesagt ich bin hier So, moin moin Leute, wir sind jetzt aufgestanden, alles aufgeräumt hier, Sachen zusammengepackt. Jetzt wollen wir euch ein bisschen was von der Gegend hier zeigen, wo wir heute genächtigt haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es in der Hände aussieht. Gestern haben wir hier angekommen, habe ich wirklich viel gesehen. Die anderen sind jetzt alle schon inzwischen unten. Wenn ihr die Nachhut, können wir uns erstmal kurz die Rucksäcke wegbringen und dann ruhig ein bisschen umschauen. Wir haben uns erstmal die Klamotten ins Auto gepackt, also wirklich nur noch mit der kleinen Kameratach unterwegs. Die Sonne scheint wieder, also der Wettergott ist wirklich dieses Wochenende sehr gnädig zu uns. Es ist zwar schweinekalt, aber die Sonne scheint herrlich. So muss es sein. So, dann haben wir hier so die ersten verlassenen Wohnhäuser. Also es sind 13 Stück sollen es hier von sein. Das sind ungefähr so sechs oder acht Parteienhäuser immer. Da ist der Lenz. Kanal verlinke ich unten. Schaut mal vorbei. Wie gesagt, das sind immer so sechs bis acht Parteienhäuser und das zieht sich. Ihr seht es da hinten. Da steht nur eins. Dahinter in den Büschen ist nur eins. Geht es hier mal weiter runter. Du hast halt hier noch so ein paar Hütten. Sag ich mal, wie so einen kleinen Schrebergarten. Dann kommt hier halt das nächste. Also es ist schon recht interessant, beziehungsweise aber auch krass zu sehen, dass du hier so diesen extremen Leerstand hast. Und wie gesagt, diese beiden. Der Block. Der Block. Der Block. Da drüben. Das Haus. Ich hoffe, man sieht es. Es ist sonnenscheinordentlich. Der Block. Die sind alle komplett leer. Das Interessante ist, da oben sieht man auch noch in dem Fenster. Ich weiß nicht, da stehen oder so ein paar Untersinien in der Fensterbank. Ich weiß es jetzt nicht, ob man an Einrichtungen hier noch großartig was findet. Aber es ist halt einfach extrem zu sehen, dass du hier mitten in so einem kleinen verlassenen Dorf im Prinzip bist. Hier oben jetzt noch mal eine andere Wohnung. Da steht schon die Badewanne hochkant. Das meine ich halt. Oh, guck mal, die haben hier so eine schöne... Wie nennt man das? Ist das eine Art Wintergarten? Ich glaube, ne? Ein geschlossener Balkon mit Fenstern. Dann hast du halt hier vorne diesen Rundbogen. Diesen Torbogen. Der halt ganz schön aussieht. Und da drüber hast du halt auch noch diesen Übergang. Aber schade. Ich glaube, hier vorne in dieses Haus kommen wir nämlich nicht rein. Das wäre natürlich geil, wenn man dann hier unten irgendwie reingeht oder so. Dann oben über diesen Torbogen rüber. Das ist jetzt schon was. Dann hast du hier wirklich noch bei manchen Häusern den Namen auf dem Klingelschild. Wer weiß, ob das die letzten Leute waren, die hier noch gewohnt haben, bevor das dann alles hier... ...naja... ...brach lag, beziehungsweise die ganzen Leute ausgezogen sind oder ausziehen mussten. Ich weiß es nicht. Aber... Wie gesagt, hier hast du... ...eine kleine Rasenfläche. Ich denke mal, dass sich hier damals... ...Wäschelein oder irgendwie was dran aufgehangen haben. Ihre Wäsche zu trocknen. Da ist der liebe Timo. So Leute, sind wir aber eigentlich soweit durch hier. Weil in den meisten unseren kommt man leider nicht rein. Ich meine, es ist echt schon spannend, weil es hier... ...wie so eine kleine Geisterstadt ist. Auf jeden Fall sollte euch das Video gefallen haben. Vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn ihr gerne mehr von uns sehen wollt. Natürlich auch gerne ein Abo. Und schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Kanal eben vorbei. Björn, Timo, Taco, Lenz. Werde ich alle unten mal verlinken. Wie gesagt, lasst da auch ruhig mal ein bisschen Liebe da. In dem Sinne, ein bisschen die Sonne genießen. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.